Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr versteht mich. Ich stehe hier über einem Gletscher. Einer, mitten in den Wolken. Wo genau ich bin, das seht ihr im heutigen Video. Heute frühstücke ich mal im Auto. Draußen sind es 12 Grad. Ich war noch nicht draußen, aber ich glaube, das ist mir zu kalt. Und die Berge hat heute auch jemand verschluckt. Wow, schaut mal. Sieht das mega genial aus. Und da will ich hoch. So schön hier. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen. Fremde Kulturen zu entdecken. Und exotische Tiere zu beobachten. Und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu. Mein liebevoll ausgebauter Zitrönen-Berlingo XL. Mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. So, es geht los. Da hoch. Ich hoffe sehr, dass ich da über den Wolken bin. Weil der da, der ist auch über den Wolken. Es ist immer wieder praktisch, wenn man Abendzeit hat, dass man sich gleich da hinstellt, wo man morgens hin will. Dann kann man hier gleich am nächsten Morgen starten. Tickets habe ich. Sehr nett. Sie hat mich gleich darauf hingewiesen, dass es bewirkt ist. Aber sicher. Hier ist es nochmal schön aufgeschrieben. Ich bin bei der 1. Ich fahre jetzt mit dieser Gondel hier bis zu 2. Und dann mit der nächsten, sieht es scheinbar genau so aus, bis zu 3. Und dann nochmal mit der dritten bis zu 4 zum bunter Rocker. Hey, wisst ihr, wie kalt das ist? Wow, ich habe mich schon... Mein Ohr, mein Ohr, mein Ohr, mein Ohr. So, dann bin ich nur 3.265 Meter hoch. Da geht es zum Gletscher. Aber der ist geschlossen, weil... Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, aber im Sommer 2022 gab es aufgrund der Trockenheit einen ganz schweren Geröllabsturz hier. Es kamen einige Menschen ums Leben und deshalb ist der Gletscher noch geschlossen. Vielleicht kann ich ja auf dem Rückweg, wenn ich ins Tal fahre, den Gletscher filmen. Ihm war ja super gut zu sehen, aber ich habe gerade die Timelapse aufgenommen mit dem Weg nach oben. Vielleicht kann ich den offenen Weg nach unten nochmal finden. Es ist so binig, ich traue mich gerade, ich gehe nicht raus. Bleib hier! Oha, ich kann gar nicht das Handy halten. Ich gehe gleich dichter. Guten Morgen! Ich bin auf 3.200 Metern Höhe und stehe hier auf dem Gletscher der Marmolada. Hi! Ah, ich sehe Berge! Oh je! So, ich fahre jetzt erst mal zur Grotte. Eigentlich mag ich keine Grotten, aber ja. Vor allem, wenn ich nicht weiß, was mich erwartet, mag ich Grotten überhaupt nicht. Schaut mal, da stehe ich. Seht ihr mich winken? Ich erzähle euch mal hier unten ein bisschen was, weil da oben versteht ihr eh kein Wort. Also, 1966 wurde mit dem Bau dieser Seilbahn begonnen. Und zwar genau am 6. April. Und am 30. Juli 1967 wurde das das erste Mal in Betrieb genommen. Musik Musik Ich mit meine Wachbussschuhe hier. Uh, ich bin über den Wolken! Es ist unbeschreiblich hier oben. Einfach genial und eigentlich auch richtig warm, wenn die Sonne scheint. Ich immer noch mit barfuß Schuhe. Hier ist übrigens ein kleiner Steig, wohne ich gerne hier. Wer mitkommen möchte, bitte melden. Alleine habe ich keine Lust. Ich will nie wieder weg hier. Es ist so schön. Da unten, sieht mal wie klein die sind. So hoch hätte ich es gar nicht eingeschätzt. Da wird gebaut. Oder da wurde der Kletcher wieder freigelegt. Jetzt mache ich noch eine kleine Wanderung. Darüber. Ja, das geht um. Ich gehe jetzt mal hier das erste Stück vom Klettersteig. Das ist eher wie eine Treppe. Und wenn es gefährlich wird, dann drehe ich um. Ich will ja nichts riskieren oder ein schlechtes Vorbild für euch hier sein. Vor allem, ich habe ja immer noch nur barfuß Schuhe an. So, hier geht es jetzt für mich nicht weiter. Hier kann ich noch ein Stück. Wow, mega aus Blick. Corpo di Guada. Da liegt die Waffe. So, hier geht der Klettersteig los. Hier beende ich das ganze Manöver. Ich wollte euch nur den kleinen Ausblick hier zeigen. Und da oben, sehen welche diesen Steig haben. Ich glaube, das Gefährd ist, wenn das Klettersteig, das ist nicht die Steigung an sich, sondern der Wind. Und damit wird der Gletscher vor Sonne geschützt. Und jetzt geht es wieder bergab. Und da oben, wir sind jetzt hier. Und jetzt? Und jetzt? Und dann? Wir sind jetzt hier. Und dann? Ich bin wieder unten. Jetzt kann ich mich erst mal wieder ausziehen. Hier ist es so warm. Bestimmt 25 Grad. Und von da sind wir jetzt gerade gekommen. Ich bin jetzt praktisch hier unten an der Talstation. Und wir sind zuerst auf 2300 Metern Höhe gewesen. Da kann man leider nur umsteigen, nicht aufsteigen. Dann ging es da. Das war da, wo der Klettersteig ist. Das war fast 3000 Meter hoch. Und bis ganz nach oben kann man auch. Aber da ist nur eine Aussichtsplattform. Der Gletscher ist momentan gesperrt. Und hier kann man aber wandern gehen, hier in diesem Bereich. Und hier ist auch der Klettersteig. Jetzt war ich hier im Dorfladen einkaufen. Die hatten kein Brot. Jetzt musste ich Brötchen holen. Ich hoffe, dass die frisch bleiben bis morgen früh. Und das Allersterste. Ich habe natürlich keinen Kaffee eingepackt, weil ich habe einfach nur Klamotten eingepackt. Alles andere habe ich immer drin. Und es gibt ja überall auf der Welt Supermärkte. Und ja, in diesem kleinen Dorfkonsum hier gibt es keinen Kaffee, der aus Boden besteht, sondern nur gemahlenen. Jetzt habe ich mir hier mal so eine Sorte probiert. Jetzt muss ich bloß überlegen, wo ich den einfülle, dass das Aroma nicht entweicht. Aber kriegen wir alles hin. So, jetzt geht weiter an den Prag-Sammelt-See. Ich freue mich schon richtig. Mal, so sieht meine Straße aus. Ich brauche also für 69 Kilometer anderthalb Stunden. Wolfgang, vernetere. Geil. Ich bin Möger. Genau. Dann befestigt, dissoci kara.